Hey, ihr kleinen Sahneperlen, es geht. Heute zocken wir Paint the Town Red. Das Ganze hat Katharina vorgeschlagen. Let's do this. Und play. Wir sind in der Bikerbar. Das Game ist ein bisschen brutal, habe ich gehört. Oh, wow. Oh, oh. Alles klar. Paint the Town Red. Meins ist wahrscheinlich sehr physisch. Sind die alle gegen mich? Weiß ich gar nicht. Ich habe denen eigentlich gar nichts getan. Warte mal, der hat einen Stuhl. Der hat ja auch einen Stuhl. Wie nehme ich den Stuhl? E. Oh, my God. Wait. Left Mausbutton. Oh, oh, yes. Oh, der Stuhl. Der Stuhl ist highly efficient. Ich weiß nicht, ob wir das hier überleben. Wir haben wenig HP. Hier wird sich noch ein bisschen... Oh, you died. Machen wir nochmal. Leute, was haben wir hier noch? Was ist das? Ah, das ist ein Schinken. Leute. Macht auch natürlich Doppel-Damage an Veganern. Aber das kann man hier natürlich nicht sagen. Swing. Swing. Oh, oh. Das ist zu tingy, das ist zu tingy. So, zack. So laufen übrigens Streitereien mit Diana ab. Oh, der, der kann... Jesus. Jesus. No. Ah, der kann fliegen. Warum? Na, immer schön den Hinterkopf, Leute. Und dann aber auch mit der Tasse. Die machen die ganze Zeit Mucke. Ich hab die Mucke deaktiviert. Realistisch. Bruder, der ist schon tot. Stop it. Ist das hier der Damage-Wert? Nee. Oh. Nen hat es... Oh, my God. Oh, shit. Nen hat es komplett zer-heated. Oh, weg mit dir. Die Shockwave ready. Wie macht man eine Shockwave? Er, er, Ult. Oh. Oh. Oh, in die Fresse. Oh, das ist einfach schön. Das ist eine richtige Therapie hier, tatsächlich. Oh, jetzt hab ich aber die Geheimwaffe gefunden. Und vor allem noch eine safe Distance. Alter, da kann ich noch nicht... Oh, die Nase. Alter, die Waffe ist ja insane. Die ist ja völlig imbalanced. Alter, hau ab, du. Oh, der zweite Schlag noch bestimmt mehr damage. Oh, da kam aber... Oh, oh, da kommt aber eine Menge hin. Oh, jetzt haben wir die zweite Börse. Er. Oh. Holy moly. Alter, da hätte ich auch Angst an deiner Stelle. Bam. Holy shit. Leute, zumindest sind jetzt noch Pixel. Ah, Kinder, das dürft ihr nicht gucken. Okay, also das war absolut Gigawall. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes. Also bisher ist mein Move... Mein Movement. Mein Movement ist bisher das rettende. Das rettende Element. Sehr gut. Noch Teamplayer tatsächlich, aber nur indirekt. So, noch ein Kick. Nee, die Kösche. Die Kösche kommen. Die Kösche sind gerade fertig. Fuck, man. Alter, die sind übel tanky und haben... Das ist ohne Messer. Das ist eine Schlägerei, man. Oh, jetzt geht's los. Los, los. Oh, nee, der kommt. So ein Messer. Nein! Machen wir nochmal. Wir machen das so lange, bis ich schaffe, Leute. Die müssen ja alle sich gegenseitig fertig machen lassen. Das muss ich nicht jeden töten. Oh shit. Aber die... Oh, du hast es gesehen? Der Damage. Okay, der Koch muss sterben. Der Koch. Krass. Oh. Oh. Dann seid ihr denn tot. Oh, der Charge. Okay, wir machen nochmal. Wir machen das so lange, bis ich schaffe, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt sofort zur Küche. Wir müssen basically... Die Küche ist das gefährlichste. Zack. Der da, der da ist es. Oh. 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 Bam. Jetzt habe ich es mir drauf. Wunderbar. Wir sind bisher super fast. Oh. So. Bad. So, heiße Pfanne. Kommt sofort. Zack. Erstmal hier eine russische Suppe ins Face. All meine Hand verkrampft. Der Kick ist so satisfying. Weg. Das ist meine Küche. So. Ich mache jetzt Sushi. Mit drin. Oh, yes. Shockwave ready. Okay, okay. Oh, jetzt haben wir es. Leute. Check mir neu. Oh, shit. Ich bin stuck. Oh, der kam auch mit dem Teller. Scheiße. Machen wir nochmal. Alter, lass es. Jawohl. Beide ineinander ge-yated. Stirb. Oh. Der lag doch am Boden. Voll unfair. Boah, das sind ein paar gute Hits. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, no. Ich bin stuck. Ah, ich schwebe. Ich bin Jesus. Alter, was ist passiert hier? Alter. Paranormal Activity. Alter, das muss doch mehr als Nasen-Damage sein. Das muss doch tot sein. Zack. Dann ist das Insta-Wit. Alter, was passiert hier? Lass das. Das ist eklig. Weil hör doch mal auf. Boah. Ich komme nicht raus. Boah. So, Smite ready. Das macht ein Smite. Smite ist zu schmettern. Excuse my eyes. Have you spoken English before? So, aber der hier. Oh, der hält das aus. Jesus. Alter, der hält das nicht aus. Ich muss hier bald mal durch. Oh, what? Alter, mir tut alles weh. Wie viel sind denn noch da? Wie viel sind denn noch da? Ah. So low. Ich habe Angst, dass ich noch gegen die Band ran muss, Mann. Leute, das ist einfach spannend. Wo genau ist das hier? Wo die Haare kreuzt sich spreben, Bruder. Holy shit. Bip. Bap. Bäm. Bup. Bada bap. Bup. Pow. Bap. 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 Ich schwitze, Leute. Das ist so anstrengend. Mein kleiner Finger, der drückt die ganze Zeit sprinten. Der ist komplett fertig mit den Nerven. Bap. 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 Die holen um die Stühle. Bap. 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 Bap.